jetzt werde ich erstmal das tun was der was ist denn hier los okay ich verstehe ich kann vom haupturm aus das wlan für alle drei gebäude oder türme steuern okay dann will ich mal schnell den wlan key eingeben damit ich noch surfen kann im internet kann man da irgendwie ne da ist keine tür ich will gerade mal schauen ob hier noch irgendwo stuff ist irgendwas vielleicht vergesse weil immer wenn ich nämlich so schnell durch wenn die tür aufgeht und ich lauf einfach durch dann verpasse ich irgendwas anderes meistens oft ach guck mal hier da ist ein goldener bogen der da ist es noch nicht und das ist diese verbindung die auf dem bild war diese wlan verbindung das heißt da oben okay eine menge rätsel dieses ding das sieht aus als würde die figur rufen da oben beziehungsweise dadurch gucken hey danke nett von dir er so ich mach dir den weg frei na komm dafür hast du dir was verdient leckerli oh hey oh hey ah ich verstehe ich brauch dich sowieso noch mal komm mal her komm mal her schweinchen ja hol ne dir hast ne er hat ne danke so jetzt bin ich hier in diesem lustigen turm drin hier ist nur so ein dings da kann ich hochklettern kletter kletter da ist noch ein dings ähm okay jetzt habe ich natürlich das problem ich komme hier nicht mehr raus war das vielleicht dumm war es dumm da rein zu gehen äh ich würde sagen ja okay warte ich ach genau gib mir das ah ah okay dann kommt ah dann ach scheiße okay warte mal wenn ich die kugel ach hör doch auf geh da jetzt hoch ah hoch also meine zweite idee ist ich muss die kugel da rüber werfen na das hat ja gut geklappt nicht aber warte wenn ich die hier so okay aber jetzt wo die kugel da oben liegt nehme ich diese und packe sie hier drauf und dann ist die kugel da oben weg okay ah du idiot nimm sie du lieber kugel da ach junge ich muss näher an den Rand da was zur Hölle habe ich jetzt gemacht ist die kugel da oben weg okay das ist genau die lösung die ich brauche für das rätsel draußen für diesen statuen da weißt du ich hab's ja schon mal geschafft ne anstatt dass ich einfach einfach den scheiß liegen gelassen hätte und da hochgeklettert wäre und da hochgeklettert wäre nein ich musste unbedingt die kugel da noch entfernen um zu gucken ob die oben liegen bleibt und das habe ich jetzt davon los bewegt dich und äh gut der vorteil ist so kann ich mir das ersparen okay alright 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 nein hoch da will der mir jetzt ernsthaft sagen ich kann da nur okay ich bin so ein schlauer Junge echt ohne scheiß so jetzt bin ich wieder draußen aber kann ich die kugel auch nein kann ich nicht okay und ah ich verstehe ach man das war jetzt aber dumm kann ich die kugel vielleicht von hier unten da hochwerfen nehm doch die kugel nimm sie ne ne das geht nicht nimm sie ich fang gleich an zu weinen nimm sie packst du da rein so okay okay nein komm her bam Junge bam so nimm das geh ein paar schritte vor mach der und dann bringt es trotzdem nix ja ich weiß die kugel ist anscheinend ziemlich schwer und es tut mir leid dass du sie immer wieder heben musst aber jup oh okay also ich ich muss ich ah ich muss ein stück nach vorne gehen sonst bringt das alles nischt ich ich ich